Das Endergebnis für Manuela Midnacht. Es sind insgesamt 3,06 Strafpunkte. 0,06 für überschreitende erlaubten Zeit in 185,13 Sekunden. Wir begrüßen den nächsten Teilnehmer aus der Schweiz mit seinen Ponys Aronia und Nevado X, die ist bei Nummer 54 Christoph König. Das Endergebnis für Manuela Midnacht 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 Das Endergebnis für Manuela Midnacht